Konnichiwa, meine Anime und Gameotakus. Da sind wir wieder zu einem neuen Part von Overwatch. So, ich habe jetzt hier McGee. Ich werde hier schon getroffen. Na, klasse. Ich wollte ihn mal hier wieder probieren, aber ich komme hier gar nicht ran, weil da ist ein Scheiß-Hanzo. Scheiß-Hanzo. Oh Gott. Wir müssen den Punkt angreifen. Aber ich glaube, unser Team ist nicht so geil bestückt jetzt hier. Oh, das ist schon diese behinderte Taktik da oben. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Leben. Wer heilt mich mal jetzt? Oh, Dankeschön. Danke, Mann. Oh, von der Seite, die kleine Ratte. Ich nehme den Punkt. Er ist noch dabei. Die Stunde hat geschlagen. Scheiße. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Von allen Seiten. Wir haben den Punkt jetzt erreicht. Super. Oh, die haben flinke, flinke Spieler hier. Oh, da oben. Da oben. Oh, scheiße. Ich wollte gerade wegrushen da. Mann. So ein Dreck. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das muss noch sein. Dankeschön. So ein Dank muss sein. Das war super. Was muss denn eine kleine Ratte hier? Oh Gott. Ich bin gerade hier voll, äh, konzentriert. Oh. Bitteschön. Von hinten, komm, ja? Gegenverkehr? Oh, oh. Okay, okay. Läuft schon mal ziemlich gut. Bis jetzt. Kann noch sich sehr schnell ändern. Aber wir gehen hier voll auf Angriff. Das ist perfekt. Oh, fuck. So, wir müssen hier durch, Leute. Tut mir leid, aber wir müssen euch vernichten. Eins klappt. Eins klappt. So, ich bleib mal hier beim Auto, so gut es geht. Genau zwischen die Augen. Autsch. So, den schon mal ein bisschen angegriffen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo, vom wo, ah, vom wo denn? Scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Oh, Mann, super. Du bist super. Dankeschön. Und wir haben gewonnen. Juhu. Yeah. Sehr schön. Die Heilerin ist echt gut gewesen. Hat mich zweimal hier... ...zweimal gerettet. Wow. Ich glaube, beim neuen Patch wurde der jetzt runtergeschraubt, dass er nicht mehr so viel krassen Schaden macht. Also dieser Charakter hier. So viel weiß ich jetzt, ich habe mich jetzt nicht so direkt erkundet, ich hatte nicht so viel Zeit dafür, leider. Äh, die Heilerin einfach, die hat mich zweimal wirklich... ...viel Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. War echt super. So, bald haben wir Level 17. So, nächstes Match. Mal gucken. Ich weiß nicht, ich möchte auch mal... Ich muss gucken, da oben, die haben schon die. Ich bin mir nicht sicher. Tracer wäre auch mal wieder. Aber die hatte ich schon. Ah. Der ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich mal den hier wieder. Den Reaper. Ich glaube, mit dem bin ich aber total schlecht. Wir haben keine Scharfschützen. Oh, nimmt doch nicht alle die gleichen, Leute. Okay, jetzt haben wir Hanso. Okay. Unterstützungshelven und keine Täniken. Oh, Mann. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, mit Reaper bin ich nicht so gut gewesen. Das hängt aber auch immer darauf ab, wie ich drauf bin. Manchmal bin ich mit denen gut und manchmal mit denen nicht. Und mit denen, denen ich gut war, bin ich denn schlecht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir müssen jetzt diesen Punkt hier beschützen. Okay, dann müssten wir eigentlich Charaktere nehmen, die da richtig... Zum Beispiel Reinhardt oder so, dass wir den hier so hinstellen und... Ja. Das wäre cooler, wenn man das wirklich im Team spielt. Und sich abspricht. So ist das jetzt hier so random. Dann kann ich jetzt nicht die sagen. Ja, ich spiele mal den und den. Das ist ja das Blöde. Und ich möchte halt auch nicht immer die Charaktere andauernd wechseln. Das wäre ja auch ziemlich blöd, weil dann wüsste ich nicht, wie ich meinen Subnail machen soll. Weil ich möchte halt immer die Charaktere, die ich benutze, hier so auf die Subnails machen. Die werden es, glaube ich, ziemlich einfach haben, hier durchzustürmen. Das ist kacke. Wir bräuchten mehr... ...Verteidiger. Da oben ist ein Schütze. Scheiße. ...Verteidiger. Wow. 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 Oh Gott. Das war... ...so was von scheiße knapp. Ich will noch was leben. Umso mehr, umso besser. Oh ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht mit dem so gut. Also nur weil ich die jetzt gekillt habe, heißt das nicht, dass ich gut bin. Das ist... Das ist einfach... Mit dem Charakter, mit dem muss ich so nah ran. Der hat halt hier diese Passants. Oh Gott. Verpisst euch. Puh. Okay, okay, okay. Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ah, Mist. Ich hatte sie fast. Scheiße. Tötet sie. Sie übernehmen uns. Ja. Oh Mann, wie kann er die Stimme so machen, ey. Ich komme ja schon. Leute. Verteidig den Punkt. Ich sage verteidig den Punkt hier. Oh mein Gott. Scheiße. Nicht so geil. Nicht so geil. Ich bräuchte echt einen Charakter, der die anderen irgendwie... Ah, scheiße. Die Runde läuft schon mal scheiße. Na gut, marschieren. Mal schauen. Wir können die ja noch aufhalten. Das ist jetzt die Frage, ob wir das hinbekommen. Los, schneller. Sterb, sterb, sterb. Scheiße. Boah. Ich leb nur noch ganz wenig. Scheiße! Er hat mich gekriegt! Okay, wisst ihr was? Ich muss wechseln. Ich muss einfach wechseln. Ich brauche nur einen, der die anderen beschützen kann, damit die schießen können. Scheiße. Das war das und das ist die Barriere. Okay. Super, ich beeile mich mal. Also er ist nicht so schnell, deswegen... Was? Meine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schiff! Wir machen hier! Wir machen hier! Ich bin euer Schiff! Ich bin euer Schiff! Ich bin euer Schiff! Ich bin euer Schiff! Oh, Gott! Mein Schiff ist kaputt! Ah, Mist! Ich wollte gerade angreifen. Schade. Aber wir müssen die so aufhalten, wie... so viel wie möglich. Deswegen, ich gebe mir gerade Mühe, meine Freunde... also, naja, Freunde sind das jetzt nicht. Meine Teammitgliedern hier Deckung zu geben. Da die ja keine Charaktere holen, die uns helfen könnten, muss es ja einer machen. Vorsicht! Gegenverkehr! Oh nein, nicht Gegenverkehr, bitte. Komm schon! Komm mal her! Wow, hier sind viele! Oh nein! Die haben mich jetzt gekriegt! Verdammt! Aber ich habe trotzdem noch einen bekommen, glaube ich. Kein Plan! Puh! Die Fracht läuft weiter, verdammte Axt! Haha, noch einmal! Wie geil! Beeil dich! Die Fracht kommt her! Scheiße! Ich kann so sein Spächer nicht wirklich! So, bitteschön, ich bin euer Schild! Ich möchte auch mal angreifen, aber es geht gar nicht so schwierig. Weil hier von allen Seiten alle kommen. Oh, scheiße! Super! Wir halten die Stellung! Oh Gott, wie viele sind hier! Piss dich! Yeah! Gewonnen! Wir haben die Stellung gehalten! Ich habe euch alle gerettet! Nee, Spaß! Das war sehr, sehr gut! Wir haben die da festgehalten! Puh! Das war jetzt echt extrem hier! Ich musste einfach wechseln! Ich musste einfach wechseln! Ich wollte die nicht gewinnen lassen! Hat trotzdem Spaß gemacht! Auch wenn ich jetzt wechseln musste und ich eigentlich nicht wollte, aber... Yeah! Na gut! Bei den anderen weiß ich ja nicht, was die gemacht haben! Ach, egal! Episch! Das treibt mir gleich Pipi in die Augen! Ahaha! Pipi in die Augen! Yeah! Oh yeah man! Level 17! Super! Eine Lootbox erhalten! Cool! Ich verlasse mal das Match! Ich muss ja sowieso dann wieder neu anfangen! Deswegen können wir uns nochmal die Lootbox hier anschauen! Seid ihr bereit? Ich ja! Zack, zack, zack! Oh! Irgendwas mit Genji! Was ist das? Was ist denn das hier? Winston! Okay! Warum nicht? Siegerpose! Shuriken! Ich habe eine bessere Siegerpose! So, noch so ein Spray alles! Das ist auch cool! Yeah! Ich freue mich immer, wenn ich was von Genji bekomme! Ich mag ihn sehr! So! Na gut! Ich mache jetzt aber hier erstmal einen Cut! Wir sehen uns dann im nächsten Part! Schaltet dann wieder ein und bis dann!